So, hallo, willkommen bei Let's Play Battlefield 3, heute mal mit kurzer Anmoderation, weil die Jungs, weil ich sie gerade noch nicht auf dem Ohr habe, mal schauen, wer halt das spielt, die Runde hat erst angefangen, ich bin hier unten bei 0, 0, 0, 0, kennst du 0 Punkte, weil die schon auf Platz 1, dicht gefolgt von der Mutter, naja gut, ein paar Punkte dazwischen. Nero auf Platz 4 und der SDU-Gamer auf 7 und da klingelt es auch schon, wir wollen mal rangehen. Guten Abend, an der Rollstrecke. Ja, das ist gut. Guten Abend, Jungs. Guten Abend, Ralf wieder hin. So, pass auf, ich nehme hier auch gleich schon mal aufziehen. Oh, oh, oh. Oh, dreimal darfst du ran, waslio spielen? Ja, ich bin auch schon drin, hier. Eklativen, ne. Ne, ich möchte, ist ja nicht so schlimm macht. Du bist da ein Menschenfreund, besondere Güter dalf. Ja? Ich bin ja auch schon wieder tot. Ich hab' so meine Lass mich liegen, lass mich liegen, ich sterb und wieso wieder? Ich krieg den, nenn den In... ja ey! Ei, 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 ei.. Ja, im rechten Haus ist was drin. Ja, das wird aber lang gedauert, Waldi. Fett angeschossen hier. Ach, die haben halt noch mehr A. Was ist denn da los? Ja die sind im rechten Haus von unserer Base. Ah, ist doch unser eigenes. Das Einsatzziel wurde gerade neutralisiert. Wer auch immer da, grad von meinem... Ja, danke. Ja, ja, da kann man ja schlicht. Tux im rechten Haus. Ja, ballert alles kreuz und quer. Das Einsatzziel wurde erobert. So, im rechts... In welchem Haus sind wir denn, Nero? Wir sind im rechten Haus, liebe Mutter. So wollen wir auch hin, oder? Ah, von unten, von unten. Aber die Mutter hat die... Weil die genatzt. Scheiße, der ist unten im Urlaub. Bop, 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 Granate. Dann kriegst du tot. Der ist aber bei Kill 83. Hey, der ist... Der im Haus drin war... Ah, da ist noch weiter im Keller. Achtung, im rechten Haus unter der Treppe. Reanimiert jetzt wieder den Sniper. Ach, du, Granate ist drin. Ich auch noch, das gibt's doch nicht. Wo ist denn meine Granate? Aber ich hab wenigstens noch die Mama gerichtet. Da bin ich, da bin ich. Alle müssen B schnell lesen, ey. Wenn die sich da einmodden, haben wir keine Chance mehr. Lauf er weiter. Hurga, hurga. Ab nach B. Scheiß, auf A. Wow. Au. Ey, ich war doch schon wieder voll vorbei. Frau Jäger. Hab ich... Ah, noch einer. Johnny G.I. Oh, hat mich. Verdammte Axt. Boah, da. Was haben die alles? Ey, Mini. Hör doch jetzt bitte mal auf mit dem Brot. Mini, wir brauchen jetzt jeden Mann. Wir können da nicht so scheiß Deck rum fliehen. Dankeschön. Das kannst du machen, wenn du erlebt bist, ey. Oder, ah, nicht, aber jetzt nicht. Wenn ich halt mal gern fliege, lacht mich halt mal. Nein, dann fliege ich mal runter, dann kannst du den Heli fließen. Dann geh auf den anderen Server und hock dich in einen Heli. Oh, ja. Die sind im Eckhaus, oben im Treppenhaus, Richtung Seiteneingang. Schieb mir jetzt deswegen wieder für einen Stress da. Wir schieben keinen Stress da. Nein. Aber dann holst du wieder rum, wenn alle aus deinem Team rausgehen und lieber zum Ralfi gehen, weil der viel cooler ist. Das hat nichts damit zu tun, dass der Ralf jetzt aufnimmt, okay? Wo sind die denn? Sind die ganz oben drin oder was? Ich seh's. Ja, ja. Im Eckhaus aber. Ach ja, Mini. Tatsächlich da oben, ja. Nee, noch eins höher. Könntet ihr euch mal da drum? Oh, Entschuldigung, Mini. Gruß, durch das Bissett zu schmeißen, aber ich hab nichts gemischt. Ist der Muff abgeschossen zufällig, ey? Nee, ich glaub... ...dass deine Thornbeck im rechten Haus ist. Eckhaus ist sauber, oder was? Oh, Mann, ey. Der hat's ja noch grad noch in der Hand, die Claymore. Verstehst du? Und sie knallt trotzdem schon, wenn ich vorbeilaufe. Richtig. Aber er ist auch tot. Vielen Dank. Kann ich mir in der Granate in den Haust? Ey, jetzt geht's nicht. Nein, nicht reinballern. Wir sind noch schon drin. Wir sind immer noch im Eckhaus oben drin. Das Eckhaus ist safe jetzt. Nein, ist es nicht. Eckhaus, zweite, genau da, wo du entlangläufst, da oben drin. Ach ja, da liegt der GI Johnny in der Ecke. Der alte Oma. Der GI Johnny hab ich. Was hat die Granate? Sorry, animier mich. Da war nämlich noch einer. So, jetzt kommen wir endlich mal zu B gehen, nachdem wir dies jetzt stundenlang wahrscheinlich schon eingerichtet haben bei B. Ich hab doch hier schon wieder piepen, verdammte Scheiße. Das ist doch von mir. Na klar. Hier, dein Medikid. Schuh. Die Granate hat gegen die Ecke geworfen. Super. Das ist ein Schatz. Och, ich will ja immer da vor der Tür campen und reinschießen. Das nervt mich, ey. Och, jetzt. Bulldog 08. Ey, hei, hei, hei. Ups, Granate. Hier ist dein Medikid, Mann. Achtung, da kommt einer um die Ecke. Ach, der hört mich nicht, gell. Der Moloch. Das ist mal ein Muni gepackt, ey. Oh Mann. Wer raucht denn da schon wieder so stark? Ich nicht. Ich bin auf jeden Fall gerade im Kartenhäuschen. Oh. Verdammt. Da seh ich tote Menschen. Ich war im Kartenhäuschen. Und da andere. Oh, ich bin mir da oben mit dabei. Ach, warum? Rechts ist irgendwie noch kein Durchkommen, ja? Ja, aber wir müssen es schaffen, der Moloch. Tudelie. Wo ist unser Nero? Der kriecht da umeinander. Nee, nein, nicht bei mir vorn. Wollte ich nicht abwarten. Too late. Guck mal, wie habe ich die Runde angefangen? 7 zu 2. Und jetzt habe ich 14 zu 14. Verstehst du? Ich habe zum Beispiel 7 angefangen und bin jetzt bei 8. Nee, warum ist der nicht umgefallen, Mann? Pass auf, Kartenhäuschen vorn ist doch drin. Oh, verdammt. Auf der anderen Seite auch. Ja, genau. Wow. Die Granaten sind negativ, ey. Mutter, ich bin schon negativ. Ist ja lustig. Ja, das ist saukrass, ne? Das ist das, was einfach nicht ist. So. Können wir mal mit dem Zone gebrauchen in der Seite. Links ist Nebel. Oh, da kommt einer gelaufen. Oh, Mann. Ja. G.I. Johnny. Oh, Mann, ey. Da haben wir schon die G.I. Diese verfickten M320, ey. Ja, hier fliegen sie mir auch gerade um die Ohren. Oh, Mann, ey. Weil der Homo da rumliegt, ey. Ach, da steht ja nicht rechts drüben mit dem Häuschen. Nero, äh, ja. Äh, ne, jetzt war's nicht. Da an der Ecke, vor dem Ecke, vor dem Kartenhäuschen. Da in dem... Warum tut mir eigentlich keiner... Doch. Oh, Mann, das ist ja so viel Rauch, ey. Warum bin ich wieder tot? Nochmal wieder geblieben, jetzt... Das ist echt unglaublich, ohne Scheiße. Ja, mich könnte auch wieder geblieben. Oh, Mann, danke. Ach, der liegt an einer Ecke gangnam Style-Boss, ey. Da links zwischen den Blumenkübeln liegt einer. Ach, das gibt's doch nicht, ey. So. Die Mutti wollte wahrscheinlich gerade wieder... Da kommen gleich Anfusion von vorne von euch. Jo, wollt's? Da legen wir uns Sniper bei euch, Mutter. Da ist unser ganzes Plateau. Ganzes Plateau auf der rechten Seite, das ist doch schön. Ja, guck dir der Home-House an. Komm, komm. Jawoll. Ich pass jetzt mal bei A320 in das Kassenhäuse. Oh, fuck yeah. Links sind ganz viele. Scheiße, ey. Ja, ich hoffe, wenn die mich wieder... Boah, danke. Der schießt noch nicht. Oh, Mann, ey. Ach, der sitzt in der Ecke, der Wichser, ey. Links in der Schaukasse. Ja, hab ich auch gerade festgestellt. Das wäre toll. Ablink. Ist er bei euch drüben rausgelaufen? Spawnt nicht beim Mini raus, da hängt einer. Ja, Mini ist auch schon tot. So. Ich steck mal das Haus hier. Scheiß drauf, lass es dir annehmen. Gut, es ist einer. Oh, ja. Ach, ich hab angeschossen. Oh. Äh. Achtung, Nero, ich hab ne Granade da reingepackt. Och, komm. Ey, da stehen sie mir das Moor im Anschlag. Verstehst du? Hey, hier ist er nicht. Irgendwo als so, als der Mutterbrecher so ungefähr. Wir nebelten da schon wieder in der Mitte. Das geht mir schon wieder auf den Zack, ey. A blinkt auch schon wieder. Scheiß auf den Weg. Ja, das A blinken. Ich darf was tun. Schauen, dass wir B kriegen. Wenn wir B haben, haben wir so gut wie gewonnen. Hallo, könnt ihr mal bitte dafür sorgen, dass mein Optimismus hier nicht wieder zerstört wird von eurem scheiß Sarkasmus? Bin hier optimistisch, ja? Als Squadleader will ich vorangehen als führendes Beispiel und will euch motivieren? Mann! Du motivierst uns schon ganz schön, okay? Ich will's schwer hoffen. Ja, ja, total. B haben wir gleich. Und ein C. Oh, Mann! Die Munition leer. Oh, steht da einer hinter mir. Och, G.I. Johnny, links am Kart raus. Nero, spawn mal bei mir. Ist das der jetzt nicht hochfallen? Wie geht denn das? Da läuft jetzt wieder einer in Richtung Haupteingang. Wer ist denn jetzt mir? Das war der Mini, gell? Nero, spawn mal bei C raus, bitte. Bei beiden. Der Mutter, glaube ich. Bist schon da, bin schon da. Nee, ist der Mini. Ich muss hier mal die Kollegen her auf meinem Ohr. Äh, wie kann ich mir nochmal... Weg, 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 weg. Weg, Nero, Nero, geh weg. Sie, vier anflecken, schon mal. Ach, ich hab'o, boi, 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 boi. Da war noch etliche, wo sind die alle hinkommen? Ne, sind so A wahrscheinlich, die kommen jetzt von A. Umgekehrt spielen. Nee, wir müssen das Oli-Eck checken. Was ist das Oli-Eck? Linkes Oli-Eck sauber. Ich muss erstmal A nehmen. Rechtes Oli-Eck ist auch sauber. Scheiß auf A. Ich hab'o den abbekommen, aber ich weiß nicht, von wo. C mitgenommen. C, C, C. Ja, ich eile schon hier wieder hin. Bin doch schon da. Da stand's in der Spawnbarker bei A, die hab' ich mal weggemacht hier. Der gute, gute Alphi. Weißt du mittlerweile, was geöli ist? Jetzt weiß ich. Ah, sechst du mal, Boi. Oh Mann. Oh. Boah. I revenge you. I revenge you. Am Eckhaus. Wahrscheinlich oben drin ist jetzt einer. Ja, wir sind gerade alle bei C-Hause. Gut. Hast du gerade Hase gesagt? Ja, ich hab' gerade Hase gesagt. Sag doch, ich hab' schon am ganzen Abend irgendwie. Wie, das ist leicht homo-, homo-sexual. Wer erst so lange so ein Homophob ist. Ach komm. Schau dich, Scherzi, du müsstest doch ganz genau wissen, wie ich drauf bin. Ja, sei doch, ich kenne dich schon so lange genug, dass ich weiß, dass du einfach bist. Ihr solltet immer so böse sein, jetzt, weh. Ach, sieh mal doch. Wir sind nicht böse, du müsstest es sonst mal leicht erleben, Mutti. Warum blüht ich hier schon wieder verfickte Scheiße? Ja, da, 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 da. Nee, ich freue mich. Warum bling? Ist auch der Feind. Also, na, A haben wir genommen. Ah, haben wir jetzt grad für einen Moment. Aber sobald wir hier weggehen, blinkt A wahrscheinlich wieder verdientlich. Ja, wo soll ich jetzt hinrennen? Ich renne grad, wenn... Ich bin bei A, C. Ja, ich geh nach... Ah, das blinkt nämlich schon wieder. Gott zum Fick. Ah, blinkt schon wieder, ja, das ist der. Da ist noch irgendwo einer. Womö, wie? Ja, wo ist der denn? Im rechten Haus, oben. Also, von uns... Ja, ja, von unserer Base. Ich geh's aus. Natürlich. Wenche Seite bei C sitzt was? Ei. Seitengang. Litten in diesem kleinen Kapüffchen. Kapüffchen. Ja, wie der Haus im Seitengang. Kapüffchen, Tüffchen, Tüffchen. Was ist das Kapüffchen? Kapüffchen, Tüffchen, Tüfftüff. Hey, du kleines Gerlis, Tüfftüff. Der G.L. Johnny ist da. Ja, der liegt im rechten Haus, oben am ersten Stock. Die liegen bei C, die sind zwei Stück Minuten. Uhu, hallo. Der ist genau über mir. Ich bin bei dir. Kann ich durch die Ohren durch die Deckel durchschießen? Er ist noch ein A. Uh, wie geht das denn? Im Eckhaus sitzen auch noch welche. Bei dir. Ich muss das nochmal tragen. Ich komm gleich wieder. Du scho. Ahaha, nein, scheiße, gegnerische Ausrüstung zerstört. Ich wollte nicht den Typen abschießen und keine gegnerische Ausrüstung zerstören. Ich hätte besser geschossen und keine Granate hochgeworfen. Komm zu mir. Boah, hinter uns. Scheiße, ey. Da hab ich noch gesehen. Ich bin jetzt hier rausgesterbig. Ich will hier nicht rausgehen. Oh, fuck. Ist aber auch langweilig, wenn ich noch hier drin sitze, oder? Das Einsatzziel ist verloren. Over. Ist immer noch im rechten Haus drin. Hm. Rechte Faust? Ja. Komm, wir da irgendwie halt mal wieder aufräumen, wa? Meine Güte, ey. Stell dich halt echt jetzt grad an. Äh, von irgendwoher wurde ich beschossen. Weiß nicht wo. Hä? Der ist immer noch im rechten Haus drin. Ja, nee, aber, ähm, ähm. Mein Parker, ich hab die, ich hab die, die, die Dinge, du hast Pech gehabt, wahrscheinlich, oder? Nee, nee, der hat mich erschossen. Der hat mich erschossen. Sagt mal bitte kurz leise. Die, die schießen durch, die schießen durch. Sagt mal bitte kurz leise. Wie, der kommt nicht so. Ja, klar. Ja, schon, weil ich dann das von Weggewinnen gehört hab und ich wollte gerne wissen, wo die ist. So. Da kommst du mit einer gleich so böse. Da kommst du mit einer gleich so böse. Oh, warum haben wir im B schon wieder nix mehr? Was machten ihr? Was machst denn du? Ich war Pipi. Eckhaus. Lauf zu. Oh Gott, ey. Ich sag Eckhaus und der Rehling hier. Jetzt müssen wir uns wieder bei B reinkämpfen. War doch klar. Das war nicht klar. Ihr bösen Buben. Wo im Eckhaus? Scheiß aufs Eckhaus. Wenn man das Eckhaus hat, kann ich mal einziehen. Oder A. Lass doch A neben. Das war doch vorhin schon eine gute Taktik eigentlich. Sollen sie A haben. Wenn sie nicht zufrieden sind. Wirst du, ich roll mir der Pistole da fast das ganze Ding a-lay auf, weißt. So auf die Nüsse graben. Da ist jetzt einer mit einem Schießhoffn. Da komme ich mit rum. Da. Uhu. Uhu. Ja, genau, ey. So. Eckhaus. Gibt's Tode. Ja, der Bulldog sitzt da im Eckhaus drin. Ich guck dir mal was meine Squad, äh, ja, Squad-Kollegen machen. Mach mal. Hier ist das Mählich. Super, ey. Jeder, der Partner im Dreads waren sich dabei. Ich kann was sagen. Gibt's nicht. Ich krieg einfach keinen mehr, ey. Und mein Bier ist leer. So, wie war das Eckhaus, ist weiter? Ich... Da ist einer drin, wenn ich jetzt einen M320 hätte. Du bist der einzige Spieler, der keine M320 dabei hat. No. Äh, Ralfi. Ich kann mein Midi-Pack jetzt da reinwerfen gleich. Genau mit kräftiger Schwung. Sauber? Eckhaus ist scheinbar safe. Da ist er schon Tote drauf. Ich hab' ich nicht gesehen. Wenn der vorne jetzt stirbt, ist da noch einer drin. Mal abwarten. Oh, da ist das schon lege, ey. Nee, da sitzt... Da scheint keiner mehr. Oh, verdammt. Alle, guck euch das an, ey. Die Mutter, der Best Player of the Round, in den ersten fünf Minuten, ist abgeschlagen im Hinterfeld. Das ist unglaublich. Mit Rang 73, die Dudenmutter. Ich glaub, nee, unglaublich. Ich bin aber da, ich hab' auch gar nicht. Ich bin einfach nicht so scheiße. Ach, am Haupt, dein Gang kommt schon wieder einer reingelaufen. Kann doch nicht sein, ne. Wer passt denn da auf? Boah, das gibt's doch nicht, mach mal. Und das waren halt beim Ende. Vielleicht ist es nochmal drei weggenetzt. Ja, bei A ist keiner, ne? Ach, geil. Ey, da schießt das von überall. Am Haupteingang steht wieder einer. Und mich tut keiner wieder. Boah. Wo rennt denn der rum? Ach, dein Eckhaus. Recht, gleich von euch. Meine Güte, ey. Was denn meine Güte? Me, Freys. Alter, das wär' natürlich auch ne Mission, weil die, ne? Das ist doch echt wieder... Die M5K mal auspacken oder irgendwo sowas. Kleine klasstige Fitzel. Boah, Mutter. Ich bin leider tot. Probieren wir die doch mal aus. Ab zum Nero. Ne, grad schlechter Gedanke, bei mir zu spawnen. Wherever it may be. Nein. Dieser scheiß Gio85 hockt nur um die Ecke. Ohne Scheiß. Er hockt immer in der gleichen Ecke. Ach, ey. Bleib am Leben, Herr. Geh auf Zeitung, bleib am Leben. Ich kann, mach, was ich will. Ich geh einfach mal zusammen. Wir haben da auch ne Spawn-Bike direkt bei dem langen Gang in diesem Seitenstück. Rechter Eingang grad. Ziemlich untergeschossen. Hier ist das Medikit. Medikit. Ist das wieder oder was? Kommt mir wieder. Jo. Ob er denn da euch hügelst? Weg da. Clown. Hier ist mein Eingang. Ja. Ausgang. So. Fahre auf, Woldi? Ja, genau. Jetzt, ey. Klar. Jetzt sehe ich aber auch nur Gegner die ganze Zeit. So. Ein Prosit. Ein Prosit. Ein Prosit. Ja, klar. Durch die Wand, durch oder was? Ey, Arschloch. Das Ruse war. Rudi, was auch selbst bei dir in der Nähe. Dann haben wir gerade erst gespawstet. J-Bot. Jetzt fahren sie mit dem Bot da rum, oder? Mann. Der fährt echt überhaupt ein Gang. Das war auch grad mein Gedanke, mit dem Bot rumzufahren. Ah, wenn ihr alle vor meiner Nase steht, kann ich natürlich nicht zielen. Hol dir das Medi-Kill. Dann lauft ihr mal vor, lasst euch abschießen. Ich bin lieb. 3M3-20. Ja, genau. Was sagt denn eigentlich die Uhr? Der Irrt-Board fährt hier rum und killt die ganzen Sniper. Also jüngst um 20 Minuten muss ich mal fach? Ja, ich mach um 10 auch Schluss. Aber bis dahin bin ich noch drauf. Ja, ich muss dann den Sergeant holen. Den Sergeant? Wo muss ich denn holen? Wahrscheinlich, weil er keinen Fahrbahnuntersatz hat und auf der Arbeit ist. Und ist da kein Fahrbahnuntersatz? Wie geht das? Ey, und der E.O. Bot fährt immer noch los. Ja. Der Latz hat Benz schon verscheuert, oder was? Ja, ja. Hat denn jetzt jemand gewischt, den Irrt-Board nehmen? Äh, glaube nicht. Oh, verdammt. Das ist auch ganz nimm. Nebel. Das Grat echt hier kann durchkommen. Na, ein bisschen schön langen Gang jetzt. Ja, super, ey. Nicht zu kotzen, was ist das denn? Boah. Im Kartenhaus in Saar sitzt immer noch einer von uns. Oh, Mann, sorry. Was rennt sich denn durch Google, ey? Ja, ich wollte jetzt Sub-C rennen. Ja, das wollte ich auch. Und jetzt haben uns die Gegner. Oh, Mann. Sag halt, dass du schießt. Oder auf was hast du überhaupt schossen? Ja, auf die Scheiß, äh, Spawn-Bank, die da stand. So eine Spawn-Bank macht man nicht kaputt. Die macht man klackt kaputt, wenn tausend Gegner aus dem Rumpen, ey. Das ist der Seuchenherd, Mini-Mush. Die muss ausgerottet werden. Ninja-Shadow ist das auf unserer Seite? Dem war es drüben langweilig, oder wie? Ja, der Gegner wird gefunden. Wenn jetzt mal bitte der Nebel hier aufhören könnte, dann... Ja, es wird der Filmqualität sehr zugutekommen. Auch das, ja, von meiner Sicht. Vor allem der. Ey, das ist doch echt zum Kotzen lustig, das ist doch. Gegnerblank in Gang. Wenigstens habe ich ein Mini-Mush überholt. Zwar mehr schlecht als recht, aber irgendwie bin ich dran vorbei. Keine Trennung oder hast Pech. Ich will nur an deine Statistik erinnern, die sind viel besser als meine. Nee, ich sag ja, schlecht und recht. Ey, komm, dreh ich mich mal um und guck, wo meine Jungs herkommen. Komm von hinten, schläge ich Sniper-Beschüsse. Jetzt mal hier durchspringen. Das ist doch... Siegenmäßig umsprungen. Ja, wie eine Gatze. Wer schießt denn da auf mich? Wo kommt's denn her? Kramate. Leider nur gemachscht. Ey. Das geht's nicht, der kriegt ein M3-Twenty ins Gesicht und lebt noch. Ja, wenn du zu nah schießt, dann ist das wie eine Knallerbse. Wieso habe ich jetzt das Sniper-Gerier? Was ist denn das passiert? Das war laut Sniper-Beschüsse. Komm. Noo. Hild. Ja, das Sniper mit No-Scope, das wird ausgeschüttet. Kannst du mal zeigen, was du kannst. Ja, ich sehe. Kannst du mal zeigen, ob du einen Konkurrent machen kannst. Das will ich gerade zeigen, weil ich kann's nicht. Ich bin ja schon tot. Aber da lebe ich auch schon wieder. Ey, klar. Ja. Ja. Ich bin ja schon. Vielen Dank.